Kommen wir mal Bonus, ich hab nur nie einen gemacht, Leute. Ich mein jetzt aber Haustierkampf zu Beginn. Wir müssen ein Haustierkampf in einem Kauftierkampf Platz ablegen. Was ist der stärkste davon? Die sind alle Level 1. Abyssus. Der muss insane sein. Let's go. Kämpft. Was haben wir hier denn? Feuerbrand. Wieso hat Blizzard eigentlich hier kein Mobile Game draus gemacht? Ähnlich wie Pokémon Go. So ein Haustier-Sammel-Mobile Game wäre doch super. Was du mit deinem WoW-Account verknüpfen kannst. Und dann unterwegs Pads für WoW-Farmen und so. Leute, ich glaub, wir haben verloren. Ich hab nur so ein Feuer-Ding. Das war ja spaßig. Ich hab nicht